Herzlich Willkommen hier bei TheLongDark. Unsere Lagerstätten sind verdammt voll. Wir sind müde, das heißt wir können uns demnächst auch mal ins Bett gehen. Jo, und dann brauchen wir irgendwann mal wieder ein bisschen was zum Essen. Das wollten wir eigentlich durch Angeln bekommen. Ja, nur da haben wir den Angelhaken gleich mal ins Eisloch geschmissen. Das heißt, da machen wir uns, ja wobei, können wir uns jetzt noch ein paar machen. Denn der Typ schmeißt wohl ab und zu mal seine Angelhaken weg. Das erklärt auch, warum wir da so viel bekommen, um Angelhaken herzustellen, beziehungsweise Angelhaken selber. Die Frage ist, ob wir mit der Schlinge, ist die Schlinge selber schon eine fertige Falle? Die Schlinge. Einfache Schlinge, ah ja, die ist schon, aha, okay, die könnte man schon aufstellen. Wenn man das wollen würde, die Schlinge, da braucht man sowas zu. Das ist ein bisschen Darmverschwendung vielleicht. Ein Haken, Schnur, Angelzeug, genau das brauchen wir im Grunde noch. Alles andere können wir eh noch nicht. Nö, nö. Gut, also da bauen wir uns noch ein bisschen was. Und nochmal. So, kurze Unterbrechung, da sind wir wieder. Ab und zu wird man hier mal unterbrochen. Wow, eins, zwei, drei, vier, fünf Angelhaken. Da haben wir was zu tun morgen. Dann können wir, können wir fünf Haken ins Meer, äh, geil. Können wir fünf Haken in See schmeißen. Naja. Also wenn da die fünf Haken dann, äh, dann ist es gut. Und die alle in See geschmissen hat. So, einmal ausziehen. Jetzt kommt gleich wieder das Problem, dass man hier nicht alles reinbekommt. Ich bekomme ja eindeutig ein logistisches Problem. So, haben wir jetzt alles ausgezogen. Ja. Gut. Und, wow, wir sind überladen. Okay, da muss ich hier unten jetzt auch noch was rein... Aha. Jetzt pass mal auf. Jetzt nutzen wir hier auch noch den letzten Behälter. Die, das ist Kleidung. Das ist keine Kleidung. Das auch nicht. So. Also schmeißen wir es da rein. Und zwar schmeißen wir hier rein. Einmal das hier. Einmal die hier. So oder so. Das hier. Die. Die. Und. Die. Und. Die. Und. Und. Ja klar, sowas müssen wir uns hier auch oben rein tun. Die totale Überfüllung. Ja. Oh, Heiligung. Lampenöl, wenn wir das hier haben, braucht man nicht. Schwupp, weg damit. Fünfzehn. Puh. Ich meine, man kann ja mal fünf verballern. So, brauchen wir morgen glaube ich auch nicht sofort. Na, können wir auch mal drin. Wobei. Ist alles schwer. Nein. Gut, dann nehmen wir doch den. Geben hat. Ach, Freunde. Gut, jetzt haben wir die also auch voll. Geben. Ehh. 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 Das ist dermaßen abnormal, dass wir ein Zeug haben. Unglaublich. Aber sowas sollte man eigentlich gar nicht immer mitnehmen. Ja. Unlässt es natürlich in der Kiste. Ich hau mal kurz alles rüber. So. Was wir nicht jeden Tag brauchen, ist folgendes. Na, das können wir schon alles mitnehmen. Eigentlich nur das hier, oder? Na gut. Machen wir es so. Ich hoffe jetzt, dass hier alles reinpasst. Und es geht schon wieder schief. Wie abnormal das einfach ist. So. Essen wir. Äh. Ja. Zurück. Schließen. Duschen. Öffner. Inventar. Essen. Zack. Essen. Öffnen. Jetzt haben wir es. So können wir das machen. Ach ja, jetzt haben wir irgendwann mal das Wasser noch weggelegt. Das ist auch nicht so gut. Ui. Was ist jetzt das Wasser denn? Habe ich da drüben 9 Kilo Wasser? Ich sag dazu mal nix. Halt. Erstmal alles. Und dann. Wieder 5 rüber. Besser. Nein. Genau. Doch. Wir trinken noch ein bisschen was. Und dann gehen wir ins Bett. Herrlich. Und dann würde ich sagen, beende ich hiermit mal die Aufnahme Session. Warte kurz. Ja. Ich schlafe jetzt erstmal ungefähr so lang. Dann schlafen wir nochmal und dann verabschiede ich mich aus dieser Folge. Aus dieser Aufnahme Session. Ich habe jetzt glaube ich 5, 6 Folgen aufgenommen oder so. Das soll erstmal reichen. Ja. Bett. Zack. Gut. Wir sehen uns in den nächsten Folgen von The Long Dark wieder. Bis dahin macht's gut. Achso. Ah. Ne. Wahrscheinlich wird dann noch ein bisschen was an die Wolke drangehängt. Also dann wechseln wir praktisch die Aufnahme Session. Denn wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Naja gut. Dann ist es halt so. Also hier müsste jetzt dann wahrscheinlich irgendwann einfach noch ein Teil drangehängt werden. Und ihr werdet euch wundern. Was ist denn da los. Also wir wechseln in die nächste Aufnahme. Tschüss und schönen Gruß an mein Ich nach den Arbeiten demnächst. Naja. Also bis ein paar Tagen. Tschüss. Also bis jetzt gleich. Ach egal. Ciao.